Musik 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 Jo, ihr Checker und Chica, es ist wieder Surfteak und damit ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dizzle Tja Und Geber ein Äh, ja, Internet Game Bada Also ich hab eh den meisten Kopf Wir haben ein neues Mikrofon Stativ Ja, stimmt Das haben wir noch gar nicht erwähnt, weil noch kein Video damit rausgekommen ist Ja, wie Weihnachtspause und so Ja Ja Weil, was das für ein Map Ja 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 Ich hab die Steuerung komplett vergessen Ach, das ist die Map Ja Ja Ich hab die Steuerung komplett vergessen, weil ich die ganze Zeit Just Cost 2 und erstes ins Spiel gezockt hab Welches Team sind immer welche Farbe? Wir sind Rot. Wir sind die Guten. Rot steht immer für gut. Auch bei der Ampel auf der Straße. Die ist gut zum fahren, Alter. Ähm, also ich ducke nicht. Deswegen kann ich mich nicht mehr bewegen. Deswegen bin ich auch gestorben. Ach, das muss ich auch machen und feiern soll. Das ist eine Cheat mehr. Alter, lauf doch, lauf doch! Ich habe keine Granaten, kacke. Ich habe dieses Spiel schon seit Monaten nicht mehr gespült, glaube ich. Wo wir jetzt hin kommen, ja. Wir haben übrigens einen Clanmitglied. Das müssen wir hier mit erwähnen. Ich habe leider den Namen vergessen. Dann fiege ich weg. Ja. Kann natürlich auch jeder andere in den Clan reinkommen. Wir akzeptieren jeden, der nur fragt. Und er muss cool und normal und kein Hacker sein. Nein, ich muss. Hacker sind böse. Die sind grün, die sind böse. Und Hacker. Scooby! Da haben wir gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja. Ich habe zwar leider keinen Kill gemacht, aber wir haben... Lol, die sind neu. Hier Weihnachten, ne? Ne, noch nicht. Eigentlich muss ich noch meine Granaten ausrüsten, schnell. Ja, dann mach das mal schnell. Äh, meine Maus hängt. Ich kann nichts machen. Inventory. So. Eclip. So. Schlüsselkanaten. Kastanienkanaten. Ähm. Ich bin mal ready. Moment, ich auch. Ready, ready, ready. Let's get ready to Rambo. So. Ja. Ich glaube, ich lass es heute noch hoch. Wir können noch übernachten. Ach, wir nehmen es mal so zu ein, zwei Stunden auf. Mann. Kann ich jetzt übernacht hochladen, dauert dann bestimmt. 3 Tage. Nein, 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 guck mal. Die Team, nee, nicht mehr, denn mit dem Gelben, aber sonst waren immer zwei aus. Nun klar, da waren zwei Freunde, da waren zwei Freunde, da waren zwei. Die zwei und die zwei. Aber der, eine der Gelbe ist jetzt weg. Ich bin über das andere Team. Äh, nee, guck mal, jetzt ist er wieder da, ist es ausgeglichen. Okay. Sollen wir start klicken? Ach, ready? Hey. Du bist, äh, Dings, der Chef hier grad. Das heißt? Ach, du bist hier der Host. Was bringt mir das? Du kannst starten. Ich kann nicht starten. Ach so, ich kann starten. Das wusste ich nicht. Nee, nee, weil der andere Host rausgegangen ist. Der andere Host. Nee, der eigentliche Host. Einige Host ist rausgegangen. Horst, warum bist du so ausgegangen? Verdauern, nein, nein, es war ein Schatz und ich habe noch nie gespielt, glaube ich. Nee, die Mehrheit ist neu. Also jetzt erstmal wollte Treppe fahren. St. St. at 95 und unter es ist sie das haben die übel des als die die Stationen erinnert mich über die übel in wir sind oder ja dann haben zwei Punkte hier und da war es doch die sind über uns ist es ist es ist ausgeglichen wo wir brauchen einstattet ich muss nachladen du Honk alter warum ist meine Clownsmaster weg weggeschossen achso ok ich dachte schon ich hätte keine Clownsmaster doch hm da bin ich wohl gestorben wir schmeichen meine Kastanie hier runter ja ok Horst gib Gummi soll ich mit dem Knife da unterrennen ja glaube ich nicht die haben sich da unten versteckelt da werfe ich mal eine Granate rein ja echt so ne hat sie Granate gefacht ähm nein wir gehen gerade ein bisschen zurück hm Hedgehog rennt nein kacke ich hab verkackt aber gut cool sowas von verlieren wir haben schon elf Punkte ja die haben sich da unten verschanzt deswegen kommen wir da nicht durch achso ich werde abgeflossen jawoll irgendwie ja wo hallo da von vorne der Fall zeigt es dir an ich hab meine Kastanie ziemlich blöd geworfen soo joo wo kam die hier her da war das mit einer richtig nicht ja soo ähm die erste rum ist ja immer so joa mensch scheiße hohe hat möglich ist einer blinder hat 1 so Präsent also wir wollen mal was interessantes reden wie geht es in und einem Band so Hey, mir wurde meine Clownsmaske vom Kopf geschossen! Da liegt sie! Da liegt sie! Komm her! Bewundere sie! Hohoho! Die feiert ganz gut gerade. Weh getötet? Kenny. Wie war das mit deinem Ski? Ich hatte Ski und zwei. Oh, mich hat es zerfetzt, da liegen meine Gedärme rum. Wir haben verloren. Oso, Skiurlaub, wenn das ist, kennen wir alle. Echt so, ne? Und dann, dann, jetzt muss ich an sieben Krücken gehen. Ne, an zwei. Aber... Tatjana! Die finde ich heiß. Was? Hehehe. Hehehe. So. So. Warte, warte, warte. Moment. Ich bin ready. Du wirst? Hm, ich bin Horst, ja. Schau mal kurz, wie passt alles dann? Ist klar. Nein, wir sind weniger. Okay, jetzt sind wir wieder ausgeglichen. Ne, Moment mal, wir sind 3 ready, die sind 2 ready. Und du bist auch noch dabei. Also, kämpfen wir gerade zuviel gegen 2. Also, nur die, die ready sind? Ja. Die anderen kommen später rein. Also, dann lass mal. Ach, die mit, die ist lustig, glaub ich. Ich kenn' ich. Ich kenn' ich auch noch nicht. Doch, ich glaub' die kenn' ich ja, die ist lustig. Trinity Ruins wird der Explosion auf was weiß ich mal. Wer? Wo sind wir hier? Wer? Was ist für ein ranziges Loch? Also, hier muss man gesehen haben, Windows 50. Oh, mh. Kühlschrank. Hier der Bildschirm ist gleich. Dann müssen wir erstmal hier einen Schokoriegel rausholen. Und wenn wir einfach mal hier... Ist bestimmt voll lecker hier einen Schokoriegel, ne? Wenn ich alleine hier bin, dann... Die ist auch... Du, du bist jetzt. Ich bin... Hier ist... ... Du bist... ... Du bist... Der Mann... ... allerdings... ... auch dämlich. D estamos... Emotent... ... die Programme... ich habe einen Kill gemacht. Wie oft stirbt man hier? Wie heißen sie denn überhaupt? Horst. Nein, Horst bin ich. Ja, Horst Seehofer. Wo? Oh, ich bin gestorben. Aber ich hatte meine Maske auf dem Tod. Ich habe meine Maske mit dem Tod gerissen. Du hör da, du Maske-Pin-Mörder. Ich mache jetzt einer auf GLP. So, gleich mal zwei Kills, ne? Mit Horst an meiner Seite. Noch ein paar andere Spatten. Zum Beispiel in dem hier. In dem hier. Ich bin der zweitbeste im Team. Und wer ist der beste? John McClane. Nicht John McClane, sondern John McClane. Nein, ich werde er früh voll... Aber wir haben schon gegen Punkte, ja? War nach drauf! Ja, ich habe mich dann noch gesehen. Jawohl, noch ein Kill. Also jetzt Triple Kill gehabt, die Double Kill. Und dann brauche ich für die Challenge. Du bist die beste Bauten Team. Oh, John McClane. Wird gefetzt. Zumal ich für ihn. Aber ein guter Junge. Ich brauche nur noch zwei Headshots dafür. Ich hatte auch schon einen Headshot, aber einen halt nur. Fliegen dauernd irgendwelche... Ich brauche nur einen. Äh, du spielst. Finish! Warum hatte ich plötzlich einen Finish da stehen? Achso, Skill Up! Nice, was kann ich jetzt? So, gehen wir mal wieder zu Horst. Na? Hast du mich vermisst? Oh, ich werde abgeschossen. Ich auch, aber ich weiß nicht von wo. Da vorne. Hm, das liebe ich. I believe I can fly. Ne? I believe I can touch the sky. Ne, das nicht. Katzen. Dann, bei mir hängt's. Kacke, bei mir hängt's. Ich kann mich nicht bewegen. Hm, ich bin tot. Okay. Ich kann mich wieder bewegen. Jetzt, wo ich tot bin, ne? Echt so ne? Nein, es hängt schon wieder. Was geht ab? Was geht ab? What's up? Ich sterbe ja gleich. Ich sterbe. Oh, komm hier runter, ein Skelett. Geile Skelett. Okay, ich glaube, ich soll die Tabletze machen. Ja, ich bin nämlich... Doch, knockdown, jawohl. Geile Kanate, ey. Von wo? Von wo? Ach, von da oben. Idiotum, kleiner. Ähm... Das war glaube ich so 50 Meter. Einige Spiegel, die Kinderinnen und Kinder. Tja. Ui. Und wir müssen noch besser wissen, viel mehr. Oh je, 8 zu 8. Wir haben beide Lockdown. Cool. KIT! Fett! Nein, Spaß. Jelly J, wie heißt der? Jelly J, Jelly... Nein, egal. Ich habe einfach so coole... Launmaske, kann man niemandem das sagen. Da ist jemand, da ist jemand. Ich merke, ich spüre es. Oh, wir sind jetzt beim... Knockdown. KIT! Ich bin... Moment, wie viel da bin ich? Oh, ich bin so ziemlich hinten. Aber egal. Spaß am Spiel, das ist es wichtigste. Echt so, ne? Das finde ich echt kacke, wenn... Spaß am Töten. Ich will über den Zaun hin, da habe ich gerade Bock. Also, ich sterbe. Auch, ich habe von irgendwo angeschossen. Wend auf, mein Freund. Ich geselle mich wieder zu Horst. Oder zu dem Schokoriegel. No. No. Die Eier sind ja irgendwo nicht rum, weil ich... Weil meine Leiche da lag. Gebet mich an! Ich bin ich den großartigen Clown! Ich seh dich! Toll, ich habe mich mal getötet. Jetzt bist du tot. Dann räche mich! Würde ich ja gerne, aber ich bin tot. Wir führen knapp, aber wir führen knapp. Echt so, ne? Jetzt bin ich tot. Ich rette dich! Ich will dich retten! Diese scheiß Sniper. Alter, ich will noch jemanden... Scheiße, da vorne hockt der. Ich bin ein. Sagst du auch mal wieder was? Ja, ich bin... Unser Sieg ist NADA. Kann ich nicht sagen. Wo bist du? Ich seh deinen Namen, aber ich seh dich nicht. Wir sehen. Kann man sich hier irgendwie heilen? Nein. Glaube ich nicht. Du kannst sterben. Ja, das ist ja richtig geile Musik noch dazu. Echt so, ne? Wir sind am führen, wie ich dich führe. Wie ich führe, wie ich dich führe. Ich nehme keine Nahrung. Immer genug downed. Genock downed. Genock downed. Und auch mal der Kill. Da ist einer! Yeah, Kill. 15 zu 13. Ja, da fängt an Lach zu laden und... Enttricken Putin. Das Smash macht ihm mega fun. Auch wenn ich so viel Arbeit mache. Ja, da wurde ich aus dem Hinterhalt getötet, obwohl ich gerade eine Granate werfen sollte. Ja, gewonnen. Und der Killzell nicht mehr bedienen. Das waren zwei Kanate und Anerlove. Ja, da... e und zu beurteilen so gut ist 300 Jahrhundert krieg ich dafür und ich bin bester und je so schon die Hälfte für den nächsten Rennen Lerner und mit ausrufen bisschen weil das hat gekriegt breit und es ist abgeschmiert dann wenn wir an der Stelle mal noch die aufnahme standardsprüche ich will ja check das auf Twitter und auf Facebook machen wir eh nicht so viel bin ich aber zu mal drauf doch können wir trotzdem mal machen ja also auf jeden Fall auf Twitter abstecken wenn es euch gefallen hat lasst eine positive Bewertung bewerten da würde uns freuen und wir sagen dann auch zuzykofske 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 wir sehen uns das wir sehen uns wir sehen uns chlor Untertitelung des ZDF, 2020